ja hallo leute willkommen beim phantasas studio bemalservice heute mit einer kleinen ariadna truppe naja klein sind schon glaube über 30 modelle und für infinity damit recht viel der künstler hat die gesamten modelle auf dem skirmish niveau bemalt und hat dafür gesorgt dass die gesamte truppe ein einheitliches grünes farbschema bekommt so grünes tarnfarbschema und hat bei ein paar modellen dann noch ein paar kleine besonderheiten eingefügt die ich euch zeigen wollte zum einen haben wir hier oben den tank hunter mit dieser riesen wumme da hat er zum beispiel wie ihr sehen könnt ein kleines kamo auf die waffe gezeichnet gemalt das sieht sehr schön aus hier unten bei diesen tractor mules wie ihr sehen könnt hat er ein reflektionspunkt angebracht auf die linse und mit einem sehr schönen schmutzeffekt gearbeitet und es sind auch viele so kanten abgeplatzt kratziges metall insgesamt sehen die richtig schlachten erprobt aus und ja wie es auch von diesem wuchtigen design einfach ja sich gehört und passend ist hier unten wie ihr sehen könnt sind das ist wirklich ein sehr schöner sehr schöner effekt hat er hier diesen farbverlauf gemalt auf den visieren auf den helmen visieren dann haben wir hier einen feuerwehrmann meiner ansicht nach eines der coolsten modelle den genauen namen weiß ich jetzt gar nicht aber meiner ansicht nach eines der coolsten modelle für infinity er hat sogar der künstler hat sogar hier hinten auf diesem auf der flasche das kleine symbol angebracht dass es eben ein feuerlöscher sein soll das ist wirklich sehr schön und ja insgesamt wie ihr sehen könnt ein schönes einheitliches farbschema so dass das wirklich zusammengehörig wirkt und ach ja genau hinten ist noch ein modell das mir sehr gut gefällt das ist so eine art keine ahnung sas oder spezialist eben mit diesem messer der pistole der gesichtsmaske auch eine sehr schöne pose wieder was eben einfach bei infinity üblich ist und ja ich hier weiterhin erzähle würde ich sagen schaut euch einfach im nachhinein die bilder an wieder im anschluss und ja wieder mal ein bisschen infinity also bis dann tschüss dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.